Das ist glaube ich für ein Medic, oder? Ja. Naja. So nütze. Oh, da ist Anti-Air bei C. Hm. Was war das Gunship runter? Gunship. Ach, schnarch. Hey, Double Kill. Was ist hier? Der E ist auch weg. Na, müssen da welche sein. Der Tank ist da weg. Das war der ewig. Mhm. Ist ausgestiegen. Ja, ich glaube jetzt bist du tot, oder? Kann sein. Ja. Ja, ich glaube der andere ihn getötet. Also hier kann ja. Spotten kann ja so. Ja gut sind ja auch nicht so viele Gegner hier. Mhm. Mhm. Ja, ich treff den. Yeah. Rechts von uns ist gleich auch noch einer. Jetzt rechts. Äh, da. Ja, da. Auf C wieder Sniper? Ja. Sieht nicht so aus. Aber irgendwas ist da. Ja, so n Tank, oder? Ja. Der Heavy rammt ihn erstmal. Eiskalt. Ja. Das ist eben. Hatte ich ihn schon. Was soll denn jetzt? Weiß es er nicht. Da. Ist wieder eingestiegen, ne? Hm. Hier wird nicht ausgestiegen. Haha. Da. Ist wieder eingestiegen. Aha. Bam. Uh, was war das? Äh, was ist das? Das Gunship. Mann. Schießt doch eins. Ja, da ist er ungefähr. Auf D. Oh, ein Tank ist ja auch. Aua, ja. Aua, ja. Was schießt? Ja, der Heavy ist das. Der Heavy ist das, der andere. Ach, das abelt. Yeah, wir haben ihn gekriegt. Oh, ich muss umsteigen. Ich muss... Ah! Hier. Verdammt. Ich dachte, du gehst in die erste Position und ziehst weiter. Ach so. Ne, das habe ich auch gepennt. Schnell reparieren. Weil wir nur noch ein Prozent haben, deswegen musste ich so schnell machen. Ist der Handy da? Ne, ne? Sonne Luft. Ein langes... Das drohen muss ich Ihnen in der Mitte angekommen. Natur ist ein paar Seiten. Gut, ich würde dann gerne mal zeigen. Ich würde dann den Planzeiten gehen. Ja. Ja, ich hab ihn. Ah, jetzt schieß er auf uns. Toll. Ich hab ihn nicht, das ist der große Schuss. Oh, da kommt er. Da kommt er. Das wird eh nicht. Toll. Toller Pin. Oh oh. Boah, ich kann nicht mehr zum Reparatur-Tool wechseln. Jetzt. Na oh man. 700er Heizer wäre runter. Scheiß Router. Keine Ahnung. Alles, weiter. Lass der Heli links. Übergehe. Oh nein. Boah, das ist der Zusatz, ich kann nicht zielen. 1000 drauf, Alter. Oh man. Oh man. Ah, ich steig mal aus. Fahr du mal. Du bist glaub ich top der Sätze und fahren. Aua. Mann ey. Scheiße. Kackdreck. Möö. So. Ääh. C, wer. C weiße nicht oben. Ist doch nicht. Oder G, da wo welche dort gelandet ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomm' aber okay. Ich bin da nicht zugegeben, ich bin zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden. Was ist denn das? Boah, zocker. Das Gun-Chip. Ach so. Ja, toll, jetzt werden die Klappe. Ich bin noch Medic. Mit meiner Pumpe. Oh, da ist gerade einer mit dem Fallschirm gelandet. Ja, Maintenance-Metal. Das ist edel. Jetzt sind sie rausgesprungen. Damn. Wo geht das? Ah, hier geht's lang. Okay. Oh. Oh, ich hab doch die ganze Zeit gespottet. Hier vorne ist noch einer. Hier sind mehrere. Okay, ich mach gleich mal. Ja. 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 Ja, das würde ich fast sagen. Ich glaub schon wieder. Warum leckt das so Scheiße? Keine Ahnung. Ja. Das Internet ist noch zu kalt. Tch! Eben, wie bei uns, rechts. Tch! Right back! Tch! Tch! 1920T Tschüss! Und die Höhe runter. Geht die kaputt. Da sehe ich. Äh, pfff. Ewa. Ja. Au. Ich zeig ihnen natürlich auch genau die Rückseite. Das fand ich so gut. Nichts gelernt. Da guckst du schon Videos. Naja, zu spät gecheckt war es. Ach, ich geh jetzt mal. Angie. Ja, das ist eine gute Idee. Zum Jet. Schade. Geht. Solja irgendwo? Rechts ist nur ein Jet von uns. Das ist ein Solja. Amino geht in den Traker. Weiß Gott. Aber es schießt doch bei uns Und das Ganschip wieder, oder? Das war unser Anti-Air Mal hochzüglich Das ist ein Wiener Schade So, aber das ist nicht klar Ich würde sagen Anti-Air sogar Ich gehe einfach mal zur D Oder der Heli wieder Geh mal andere Seite, und dann bei D Warte, der Heli Kann ich auch mal Du, sorry Hach 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 13-1 Meins kann es noch nicht so vorsichtig Ne Kommt noch Nächste Runde Fliegen wir Oh, da hat was geschossen. Ein Jet Noch einer? Ja, noch einer Oh, hier ist was da drauf Auf 10 muss was sein Mann, ich sehe nichts Der rammt uns oder was? Ist ein Idiot Klasse Oh, Viper Ja, wir können ja nicht mal ein bisschen das machen Wo startet die denn? Ist die irgendwo, hä? Nirgends, Nirvana Oh, der leckt schön Ah, Jeep Ausgestiegen Na, da ist er Hat sich hingelegt Der Jet Da kommt er Der andere kommt von rechts Oh, Rambus ist fast wieder Ah, Kampfunfähig Einer ist rausgesprungen Hallo? Ja, auf A Ich weiß nicht genau wo, oder da unten. So, mit dran. Yeah, gekriegt habe ich ihn noch. Scheiß Siegler. Und das Ding ist auch ne scheiß Anti-Air dagegen. Boah, 0-3, Alter. Trotzdem vier da.